Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Season 5 Das müsst ihr jetzt 2015, 2016, 2017 Und ich spreche hier an der Stelle nochmal ein kräftiges Dankeschön an alle die das Video jetzt sehen Und ein großes Dankeschön an alle meine Abonnenten Wir haben mal wieder einen 10er geknackt Es war sehr schwer, aber jetzt steht es fest 220 und es geht weiter Es sind 221 und ich habe auch schon mal kurz 222 gesehen Also, es gibt muntere Weite Sieben Sieben Und stehen bleiben Mit der Taste Du, 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 du Braucht doch irgendwie eine Schere oder so, oder? Wäre das doch viel besser Meines Achtens nach Jetzt müssen wir ja ein wenig strecken Vielleicht haben wir noch ein paar Tropensetzlinge hier in unserem Häuschen Und hier Oh, da haben wir aber ein bisschen was vergessen Da haben wir aber ein bisschen was vergessen Wir haben aber nichts vergessen Also 4x4 sind bei mir 16 Das heißt 9, mindestens noch Was ziemlich Naja Wir legen noch ein paar rum Die sind mir zu heilig Und das Eichensetzlinge 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 Hier ist wirklich nichts mehr drin Aber hier tun wir den Setsling Na, den Setsling tun wir nicht hier rein Wir haben den Setsling Äh, den Setsling Was vergessen Ich habe dich gesehen Irgendwo was Oh, 14 14 14 haben wir schon 14 Stück 15 Oh, es wird langsam wieder Nacht Ah, da ist er So, jetzt können wir nur noch plus machen Wenn wir jetzt Wenn wir jetzt was bekommen Nee Hier durch nicht schon bauen Kommt wieder einer hin Guck mal kurz weg Die des Spawnen hier noch ein bisschen Vor sich hin Gucken wir noch mal Upsala Ob denn hier Fun Ja, es ist jetzt 2 sind schon da Und sind es 10 Wollen wir doch mal so Mehr Eichel Es fehlt mir jetzt noch Schwarze Eichel Und Akazie Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Komm Tschüss Da war ich mal kurz weg. Da hat es an der Tür geschellt. So, wo bin ich denn hier? Ist hier irgendwas drin, was besonderes? Nö. Okay, jetzt haben wir ordentlich Tropenholz. Wir haben hier noch wieder unseren Sand mit. Und hier ist noch Essen drin, cool. Äh, Schilder sind ja auch noch drin. Wir brauchen mal. Glatter-Sandstein. Brauchen wir sonst irgendwas? Erstmal nicht. Sprint mal wieder hier vor. Und... Könnte man an die Tafel schreiben, wollte ich gerade sagen. Ihr könnt doch mal in die Kommentare schreiben. Ähm, ob ich denn die ganzen Grundrisse der ganzen Häuser, die jetzt hier hinten noch kommen, also da und hier und auf der anderen Seite des Berges schon mal so ein bisschen anskizzieren soll mit Erde. Kann ich natürlich machen. Ich habe natürlich auch schon den Plan gemacht, wie das Ganze ausschauen soll. Da könnt ihr gespannt drauf sein, wie das dann ausschaut. Wo sind die Werkbank? Unten. Ja, unten. Unten. Dann machen wir erstmal Stufen raus. So. So. Es wird ein sehr schickes Gebäude. So. Hier haben uns auch die Treppen gefehlt. Dann werden wir auch noch gleich welche nachmachen. Das ist ein sehr lautes Lead, meines Erachtens nach. So. So. Schnell ja noch. 40 Treppen. Upsala. Hier hast du die. So. Was essen hier? So. 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 Nein. Perfekt. Wer nicht weiß, wo ich bin hier, es kann auch sein, dass jemand nicht so wirklich damit etwas anfangen kann, wo ich gerade bin. Ich bin gerade auf einem Minecraft Server, der unter folgender Adresse zu erreichen ist. So. So. Ich bin in dieser Welt. Von hier schauen, naja. Ist nicht so optimal. So. Die Papierfabrik. Wir wollten hier wirklich noch einen rausgehen. Da soll das dann nur Deko sein. Könnte mal was Neues ausprobieren. Warten mal. Äh. Stufen. So. Genau. Genau. Ich muss mal hier reingehen. Tut mir viel weh. Ach. Jetzt sind wir vorbei. So. So. Und so. So. Und so. Das Problemchen ist, was wir jetzt haben werden, dass wir ja, dass wir Platzprobleme haben. das kriegen wir einfach gelöst. Das ist klatter Sandstein. Das ist Sand. Das ist Sand. So. So. Genau. Nein. So nicht. So nicht. Sandstein herunter. Hm. Das ist jetzt die Frage, wie wir das machen. Ähm. Er kommt da auch noch eine Etage drauf, ne? Das ist dann sozusagen die Büroetage. Kennt man ja aus dem Hunskrabboten. So hinten kommt noch was dran. Da kommt wahrscheinlich die regionale Zeitung für uns hier rein. Die nehmen ihre allgemeine. Eieieiei. Und natürlich. Ich habe jetzt. Ja. Ja. Ich habe eine Idee. Und zwar sagt die Idee, dass wir eine Litfaßsäule bauen sollen. Die Idee sagt, dass ich eine Litfaßsäule bauen soll. Und zwar nicht so wie hier in Hunskrab. So mitten unten hin. Sondern wie so als Information. Hier so mitten rein. Oder? Das ist ja alles symmetrisch. So. Dahin. Dahin. Aber nicht daraus. Sondern. Wir brauchen ein Ding im Werkbank. Da prallt schon wieder mit seinen Vorkommen. von Truppenholz. Und zwar brauchen wir hier so Stufen. Ne. Kommando zurück. Ich habe hier noch welche. Ich habe hier noch welche. So. Weg damit. Ach. 1, 2, 3, 4. So. Eventuell. Das ist jetzt an allen beiden Seiten. 1, 2, 3, 4. Genau. Wir müssen dieselbe Höhe haben. Genau. 5. Und hier 1, 2, 3, 4, 5. Das ist dieselbe Höhe. Auch symmetrisch. Das gefällt mir. Was symmetrisch ist, ist gut. Jetzt hier noch. Die Decke hochziehen. Ha. Gerade noch so geschafft. Ja. Und da war es schon wieder von dieser Folge. Ich verabschiede mich. Wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Donnerstag. Ne. Donnerstag. Mittwoch ist heute Mittwoch. Mittwoch. Die Mitte der Woche. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Bis dennne. Ciao, ciao. Bis dennne.